Musik Grüße ihr harten Kerle und heißen Kriegerbräute, wir spielen heute COD und das einfach nur, weil ich wieder online bin und mich darüber tierisch freue. Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch? Ja, ich weiß, ich hab erstmal die Slums ausgewählt. Ich glaube, das ist Südamerika. Wenn das hier Südamerikaner sind, bin ich ein abgefuckter Chinese. Doch, Afrika? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Slum-Level, ich sag mal, man stirbt da am laufenden Band. Also, ich werd oft bluten, ich werd oft verrecken und ich denk mal, ich werd auch oft die Deckung aufsuchen müssen. Wird gar nicht mal so einfach werden, das wird auch nur hier ein, zwei Level, die ich jetzt gerade mal mache. Wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt, nach all den Jahren, wo ich COD nicht mehr gespielt hab. Ab und zu Spiel ist intensiver, ab und zu dann mal wieder gar nicht. Und ich hoffe natürlich, jemanden messern zu können. Mehr Spieler für Teamausgleich erforderlich, aber jetzt haben wir wieder genug. Mehr Spieler für Teamausgleich erforderlich. Ah, es ist ein bisschen schlecht, dass das immer noch gesucht wird. Spiel beginnt jetzt. Trinke ich nochmal einen Schluck, bevor es losgeht. Ah, wieder erfrischt. Sehr gut. Ich hoffe ja, irgendwie auch zu einer Gatling zu kommen hier drin. Ich weiß, man kann eine Gatling durch die Punkteserien freischalten und es gibt im Prinzip nichts Geileres als eine Gatling. Damit kann man alles wegkrotzen. Kugeln verursachen weniger Scheiden an feindlichen Fahrzeugen als Raketen, aber hinterlassen dadurch Spuren. Ach, dennoch Spuren, alles klar. Also wir können schön auf alles mögliche ballern. Es werden trotzdem, sagen wir mal, von trotzdem Schäden erzeugt, aber nicht so effektiv, als wenn man gleich mit einer Rakete raufballert. Ist ja wohl logisch. Natürlich nehmen wir jetzt erstmal die hier. So. Jetzt werden wir mal gucken, wo die Typen sind. Na? Na? Ja, mein Team springt voraus, aber wo sind die Kunden? Kommt aus euren Löchern, ihr Wichser. Na, wo steckt ihr denn? Meine Kanone wartet schon auf euch. Yeah! Erwischt! Oh, das war schlecht. So dermaßen an ihm geballert. Unglaublich. Hier rein vielleicht? Gehen wir mal rein. Hallo! Darf ich reinkommen? Yeah! Double Kill! Aber mich hat natürlich dabei auch erwischt. Oh, da ist einer. Nein! Von hinten wie feige. Ich sag ja, das Level, das ist halt so eine Sache, wo man sehr, sehr oft verreckt und jede Menge blutet. Hast du was abgekriegt? Du blutest, Mann! Ich hab keine Zeit zum Bluten. Drohne nähert sich. Ja, Drohne nähert sich. Okay, die können wir vielleicht... Ich hab gedacht, da war jemand drin. War aber mächtiger Fail. Ich leg mich mal hier hin, vielleicht bringt's ja was. Ein bisschen strategisch halt. Ach, ich laufe! Scheiß drauf! Stromangriff! Rein in die Hütte! Die Show kann losgehen! Da hinten ist da auch einer, oder? Okay. Ja, nicht wegrennen! Geht doch! Mein Kill bekommen, sehr gut. Wow, 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 wow! Der wurde garantiert nicht damit rechnen, dass ich Kill angehe. Der ist gar nicht mehr da. Scheiße! Ah, okay, alles ruhig momentan. Wow! Wo hat der denn rausgeballert? Durch die Scheibe vom Auto. So ein Noob, Alter. Also, eigentlich war's ja clever. Da kann ich nicht drüber meckern. Oh! Ah, ich hab gedacht, ich erwische ihn noch. Ich will den Typen hinter der Autoscheibe. Ja, komm! Nein! Ich hab den gleichen Plan gehabt. Hohohoho! Hier geht's ab, aber ich glaub, unser Team wird grad den kürzeren ziehen. Mann, Mann, Mann. Da sind sie! Da sind sie! Einer wischt zumindestens. Wir bräuchten mal so'n richtigen Sturmangriff unserer Leute, die alles zu klümpf schießen. Wir bräuchten mal so'n richtigen Sturmangriff. Oh, der hängt ja immer noch in der Gegend ab. Der fühlt sich da richtig wohl. Den hol' ich mir. Den auch. Natürlich! Ganz mies bin ich ja auch nicht. Was? Ey. Ey. Okay, die haben einen neuen Platz gefunden, wo sie sich wohlfühlen. Mann, 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 Mann. Ey, ich flipp aus. Wie geht's denn hier weiter? Ne. Schon wieder der. Die Ratte hat sich da oben festgebissen wie ein Blutegel. Ich will mich denen jedes Mal clever nähern, aber seine Kumpels vermasseln mir das jedes Mal. Da ist schon der nächste Tod. Und da bin ich schon wieder tot. Naja, gut, lange geht das Level ja nicht mehr. Dann war mein kleiner COD-Ausflug vorbei. Die brauchen nur noch wenig Punkte. Ich werd mich trotzdem stur hier ins Gefecht stürzen. Und wieder zurück. Na, endlich mal einen erwischt. Oh, ey. Wo kommen die denn alle her? Zu mir! Ich hab wenigstens mal angeschossen. Gibt's wenigstens einen Assist, oder? Ach, und... Ich flipp noch aus. Wieder von hinten. Ich muss einmal die Stellung halten. Irgendeine Richtung. Und sonst wird das nix. Wenn ich hier durch die Gegend renne, bin ich einfach nur der Freitod, man. Wie hat denn der das überlebt jetzt, bitteschön? Ach, ist das albern. Ist das albern. Na, bitte. Geht doch. Ich sag mal, so Call of Duty... Da hat man auch manchmal mit der Internetfindung ein paar Probleme. Ab und zu ist man voll mit dabei. Da ist man den Gegner sogar leicht überlegen. Einfach nur aufgrund des Pings. Und manchmal kriegt man einfach nur aus dem Maul. Gut, wie konnte der das überleben eigentlich? Oh. Was ist denn mit dir los? Hat dich die CIA zu lange Bleistifte anspitzen lassen? Ich will wenigstens noch den letzten Kill hier schaffen. Bevor mich alles endgültig auslacht. Komm her. Wir verlieren diesen Kampf. Ja, dank mir. Mist. Aber wenigstens noch Assists gekriegt. Ich will wenigstens noch meine Kumpels rächen. Und mich selber. Na, super. Nein. Och, wenn ich mich das versaut hätte. Ich hätte mich echt geärgert. Du bist so abgrundtief hässlich. So, und wir rein in die Action. Die Blutung ist vorbei. Oh, an Deckung. Ja, einen noch schön weggeholt. Gut, der läuft, der läuft. Ich versuche mal einzukriegen, wenn ich irgendeiner Kumpel... Yeah. Schön gejagt. Oh, ich wäre beinahe letzter Abschluss gewesen. Warte mehr. Bein ist hinter dich. Na, mach schon. War ich aber gar nicht. So, mit dieser kleinen Runde COD möchte ich mich auch hier wieder verabschieden. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn es mehr COD geben soll, sagt mir auch mal Bescheid. Oder generell. Nennt mir einfach eure Wünsche. Das wurde dann gezockt. Also, bis die Tage. Ciao.